Willkommen zu Episode 53 von Forcecom Talks, meinem Videospiele-Podcast. Starten wir Play This Week mit A World of Warcraft. Mein Schamane, Magier und Death Knight sind die drei 90er, die ich habe, in der Reihenfolge worden sind gespielt. Selbst Schamane und Magier habe ich gelevelt gehabt und der Death Knight war als 90er geboostet worden als Vorbestimmung für Warlords of Draenor. Und die drei gehen wöchentlich zu den Celestials, um da halt zwei Drops zu bekommen. Einen normal durch den Besiegen des Gegners und einmal durch den Reroll. Und der Schamane hat jetzt wirklich seit Wochen, wenn nicht sogar schon Monaten, nichts Gescheites bekommen. Immer nur Gold, 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 Gold. Und in dieser Woche hat er endlich mal einen Item Drop bekommen. Und was ist es? Ein Cape, das ich bereits habe. Und das ist echt schmerzhaft. Denn wenn ich mir die Item Levels meiner Charaktere angucke, wie gesagt, Schamane, Magier, Death Knight ist die Reihenfolge, wie ich sie jetzt gelevelt habe. Aber deren Reihenfolge in den Item Levels sieht etwas anders aus. Der Death Knight ist auf 1 mit 501, der Schamane folgt mit 500 und dann kommt erst der Magier mit 481. Also da ist nicht ein so großer Unterschied, aber es ist wirklich interessant zu sehen, wie viel Glück der Death Knight wirklich hat. Der hatte wirklich viele Wochen, wo Sachen getroppt sind, die relativ gutes Item Level haben, vergleichsweise zu den anderen, logischerweise. Und dementsprechend ist er da auf Platz 1. Und ich weiß, ich müsste eigentlich langsam mal wenigstens versuchen, mir ein paar Raid Dungeons anzugucken, um wenigstens ein paar Sachen noch zu bekommen. Aber die Sache für mich ist wirklich einfach, ich habe das maximale Level erreicht, ich kann nicht mehr wirklich weiterleveln, logischerweise, weil das Maximum da aktuell ist. Und ich sehe es ein bisschen als verschwendete Zeit, halt hinzugehen, Items zu sammeln, wenn dann eh ab dem nächsten Add-on das Ganze dann wieder nutzlos ist. Also, ich tue mich da wirklich ein bisschen schwer, ich werde es vermutlich mindestens ein oder zwei Mal machen müssen, einfach um mal ein bisschen Geschmack davon zu bekommen. Aber ich habe da wirklich keinen Ehrgeiz dazu. Bei den Zilas ist es wirklich so, das kann man super einfach und schnell machen. Bei den Raid Dungeons, da habe ich Sachen gesehen, gerade dadurch, dass halt Teamwork benötigt wird, auch wenn halt in den niedrigen Schwierigkeitsgraden weniger. Das ist immer so eine Sache, die halt schief gehen könnte und dementsprechend bin ich da noch ein bisschen unsicher, ob ich mir das wirklich antun soll. Wie gesagt, ich werde es vermutlich irgendwann mal demnächst versuchen. Ansonsten, in dieser Woche ist auch wieder die Darken und Fair am Start, das heißt also, ich nehme wieder alle Charaktere und schmeiße sie dorthin, damit sie das Grundlegendste machen, beziehungsweise der Schamane und Magier gehen hin und machen auch noch die Daily Quests, um da regelmäßig diese Tickets zu bekommen, damit man sich dann auch wieder Sachen kaufen kann. In meiner Hinsicht kaufe ich mir da halt Halo-Items und in diesem Monat ist es sogar der Fall, dass ich mit einem dritten Charakter das Ganze gemacht habe, und zwar mit meinem Hunter. Und das lag wirklich einfach nur daran, dass der einen Gegenstand hatte, der noch upgradet werden muss. Man kauft die Dinge ja ursprünglich von Level 1 bis 80 und kann sie dann nochmal upgraden für 1 bis 85. Und der Hunter hatte halt ein Item, das noch upgradet werden muss und der war kurz davor, das auch selber mit Tickets kaufen zu können oder eintauschen zu können. Und dementsprechend, habe ich gesagt, macht er die auch noch ganz kurz, hat er gemacht. Und dementsprechend ist es jetzt wirklich so, ich habe für alle vier Rüstungsklassen jetzt vier Halo-Items und ich glaube nur noch das Bost-Stück von der Platte muss noch einmal upgradet werden. Ansonsten stehe ich da sehr, sehr gut da. Dementsprechend kann ich jetzt überlegen, was ich mit den Tickets als nächstes mir holen werde, aber ich glaube, ich werde weiterhin mehr Halo-Items holen, aber ich bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher, was genau das jetzt sein wird. Dann gibt es auch ein Update zu meinem Warlock. Der ist jetzt Level 85, kann jetzt nach Pandaria gehen. Und die beiden Questgebiete, die ich jetzt in Kataklysm genutzt habe, ist Mount Hial und Uldum. Und ich muss wirklich sagen, die beiden fand ich sehr, sehr gut und in der Zukunft werde ich vermutlich auf die beiden weiterhin zurückgreifen. Das Lustige ist, wie gesagt, mein Charakter ist jetzt 85, kann jetzt nach Pandaria gehen, hat aber, bevor er sich überhaupt nach Pandaria begeben hat, bereits seinen Beruf auf 600, also das Maximum gebracht. Und das ist natürlich super cool, aber natürlich auch nur dank des Schamans, der ebenfalls Blümchen pflücken kann. Und dementsprechend hatte ich so viel von Pandaria übrig, denn man kriegt wirklich super einfach super viel. Und dementsprechend hat er bereits alles auf Maximum, bevor es überhaupt losging. Ich habe ein bisschen von Pandaria bereits gespielt. Ich habe also die Anfangssache gespielt, habe das Schloss gemacht und bin bis zur allerersten Stadt. Und da ist jetzt aktuell auch schon wieder Pause. Und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz auf die Allianz-Seite noch mal eingehen, auf Antonidas. Da hatte ich ja beim letzten Mal groß angekündigt, was für Charaktere ich jetzt machen werde. Und jetzt bin ich schon wieder hin und habe die Hälfte davon wieder gelöscht, einfach weil mir vieles davon auch nicht so hundertprozentig gefallen hat. Und ich bin definitiv auch immer noch nicht fertig mit dieser Durchplanung. Wie gesagt, es ist eigentlich meistens nur so eine Durchplanung aus Spaß, einfach so, uh, was könnte ich machen. Passiert, wie gesagt, eh nicht. Auf jeden Fall, was ich jetzt aktuell am Start habe, und da habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht alle. Als allererstes habe ich diesen weiblichen Pandaren-Schamane. Der ist definitiv fix, den habe ich bereits angefangen gehabt. Der ist Level 12 und den werde ich auch definitiv irgendwann so weitermachen. Als nächstes kommen drei Kombinationen, die ich bereits beim letzten Mal hatte und auch beibehalten möchte. Und zwar weiblicher Mensch-Warrior, weiblicher Vorken-Rogue und männlicher Mensch-Paladin. Gerade der weibliche Vorken-Rogue sieht ziemlich cool aus. Und da bin ich definitiv gespannt, wie sich diese Klasse in der Kombination spielen wird. Gut, und zu guter Letzt habe ich noch einen Definitiv-Fix, und zwar männlich-Zwerg-Hunter. Ich denke, dass Zwerg und Hunter wirklich passt. Ich meine, das ist ja in einem der ursprünglichen Trailer so zu sehen, diese Kombination. Also, den möchte ich so lassen. Und aktuell habe ich noch drei weitere mit einem Fragezeichen dahinter. Da bin ich mir noch nicht wirklich sicher. War so ein bisschen, gucken wir mal, wie das aussieht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und zwar männlicher Draenei-Priest. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch schon so. Da, wie gesagt, bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist wirklich nur die Sache. Ich habe einen weiblichen Priest, jetzt mache ich einen männlichen Priest. Vielleicht Draenei, keine Ahnung. Dann Night-Elf-Weiblich-Monk. Und da bin ich mir wirklich noch so überhaupt nicht sicher. Sowie männlich-Worgen-Death-Night. Und das sieht wirklich komisch aus, denn es sieht aus, als hätte ein Hunden-Hoodie an. Das sieht merkwürdig aus und auch hier, wie gesagt, bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das auch so passieren wird. Das war es mit World of Warcraft und ich würde jetzt gerne auf weitere Spiele eingehen. Jedoch hat in dieser Woche The Treasure of Montezuma 4 und Tomodachi Live so gut wie alles eingenommen. Bei Treasure of Montezuma bin ich so gut wie durch. Da habe ich den Story-Modus jetzt schon den letzten Totem erreicht. Also, ich gehe mal davon aus, dass danach auch nicht mehr allzu viel kommen wird. Und bei Tomodachi Live versuche ich im Endeffekt, ja, das Leben leben zu lassen und zu sehen, dass möglichst viele Leute halt dann doch irgendwie heiraten. Dementsprechend möchte ich jetzt schon auf die Videos eingehen, die ich in dieser Woche hochgeladen habe. Und zwar Plans for Zombies, Garden Warfare und Payday 2. Bei Plans for Zombies habe ich euch den Commander-Modus vorgestellt gehabt. Und ich finde den zwar nett, jedoch ist der Unterschied meistens nur sehr, sehr gering. Und dementsprechend sehe ich auch häufig Partien, wo keiner wirklich auf diesen Commander-Modus zurückgreift. Und das liegt nicht nur vermutlich daran, dass die Leute denken, dass es einfach zu wenig ausmacht, sondern vermutlich, weil es auch zu wenig Spaß macht. Rumlaufen und Leute zu besiegen ist spaßiger, als in dieser Vogelperspektive herumzufliegen und Sonne oder Hirne einzusammeln. Also, ich denke, wie gesagt, es ist ein Modus, der Unterschied machen kann, aber auch gleichzeitig wieder nicht und er ist auch nicht sonderlich spannend. Und bei Payday 2, dadurch, dass es ja wirklich nur alle zwei Wochen hochgeladen wird, sind wir aktuell erst bei Teil 3, wo wir die Bank heißt Cash hatten. Und die Mission lief eigentlich für relativ lange Zeit relativ gut, bis wir dann aus der Bank wieder rausgehen mussten. Das war dann halt nicht mehr allzu schön. Und ich muss eine Sache wirklich anmerken für diejenigen, die das Ganze gucken. Ja, ich bin wirklich noch sehr, sehr nubig, aber dieser Teil ist mittlerweile schon fünf Wochen alt. Ich habe bereits zehn Teile aktuell geplant und aufgenommen. Und wie wir sehen, wir sind gerade mal bei Teil 3. Also, ihr könnt definitiv erwarten, dass ich schon ein bisschen besser bin und dass die Missionen auch ein bisschen besser laufen. Und da sich vielleicht jemand die Frage stellt, warum ich schon so viel weiter bin, denn es liegt wirklich daran, dass nur jede zweite Woche ein Teil hochgeladen wird, man selber sehr, sehr viel in kurzer Zeit aufnehmen kann, bzw. spielen kann und weil ich Lust habe, das Spiel zu spielen. Und dementsprechend ist es wirklich so, dadurch, dass ich meistens nur einer bin, der dem Host dazu joint, der sucht die Mission aus und wenn eine neue Mission dabei ist, dann nehme ich die logischerweise auf. Und dann stehe ich halt dran, habe drei neue Missionen aufgenommen und logischerweise muss ich die dann irgendwann verarbeiten, sonst wird die Platte voll und ich kann nicht weitermachen. Das wäre doof. Und damit gehen wir auch schon über zu den News. Raids in Destiny werden sechs Spieler benötigen und es wurde ankündigt, dass es kein Matchmaking geben wird. Diese Logik ergibt sich mir so überhaupt nicht. Mal abgesehen davon, wenn Leute an Raids denken, dann denken sie an 40 mal in World of Warcraft Raids und nicht sechs Leute, wie jetzt hier bei Destiny. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich sechs Leute ohne Matchmaking. Das heißt also, ich kann nicht hingehen, alleine das Spiel spielen und fünf weitere kommen dazu und wir können das Ganze zusammen machen. Ich muss wirklich fünf Leute irgendwie vorher finden durch Forum, Twitter oder was auch immer und dann müssen wir uns an einem Punkt treffen. Und das ist wirklich, denke ich, auch ein Problem. Nicht davon, dass man alleine spielt, sondern sagen wir mal, man hat vier gute Freunde oder man ist vier gute Freunde und möchte zusammen spielen. Jetzt braucht man noch zwei weitere Leute und die muss man erstmal finden. Und ich verstehe nicht, warum man sagen kann, ich spiele alleine, ich spiele zu viert, was auch immer. Lasst uns noch zwei weitere zufällige dazu holen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Und das ist meine Sache, die ich denke, definitiv nachträglich noch kommen wird. Denn die werden realisieren, dass die Leute sich darüber beschweren werden. Thailand verbannt Tropico 5, da es als Bedrohung für den Frieden angesehen wird. Da kann man jetzt so viel sagen über die politische Situation in Thailand, wie man möchte. Der Hauptpunkt ist, Thailand ist einer der ganz großen Länder, wo Piracy ein ganz großes Problem ist. Und da dann zu sagen, dass das Spiel nicht erhältlich ist über offizielle Wege, interessiert vermutlich so gut wie kein Schwein dort. Der erste Teil von Bioshock wurde für iPhone und iPad angekündigt. Auch hier geben sich wieder so ein paar Fragen auf, die ich nicht so hundertprozentig beantworten kann. Nummer 1. Wer spielt freiwillig einen Shooter auf Touchscreen-Controls? Ja, Deus Ex The Fall hat das hinbekommen, aber Deus Ex The Fall war nicht wirklich gut. Und da dann halt Bioshock hinzurichten, dass es passt, das kann ich mir nicht sonderlich toll vorstellen. Und die zweite Frage, die ich habe, wer möchte Bioshock 1 jetzt noch spielen? Ich meine, ja, ich habe es erst selbst letztes Jahr zum allerersten Mal gespielt und Let's Played, aber das ist ein bisschen eine andere Situation. Ich stelle mir gerade den Markt für iPad- und iPhone-Spieler ein bisschen anders vor und die würden sich vermutlich eher über ein Bioshock Infinite freuen als Bioshock 1, weil einfach das aktuellere, mehr angesagte Spiel. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wollen die wirklich das Ganze nur komplett halten, dass sie sagen, Bioshock 1, dann irgendwann 2 und dann irgendwann Infinite. Ich denke, das ist irgendwie noch das nachvollziehbarste, aber insgesamt finde ich es dann doch noch leicht merkwürdig. GameStop wird ihr Trade-in-System überarbeiten und plant, Leuten mehr Geld fürs Eintauschen zu geben. Es gibt ein Beispiel dazu, was zeigen soll, wie man da angeblich mehr Geld bekommen soll, aber sind wir mal ganz ehrlich? Welche große Firma, welches große Unternehmen geht hin und gibt freiwillig mehr Geld an seine Kunden? Die sind darauf aus, mehr Geld zu machen, also ist da entweder irgendein Hagen dabei oder die Aussage stimmt von Anfang an nicht. Die Sims 4 kommt definitiv mit Mod-Support und umfangreichen Hilfen, um Mods zu kreieren und zu installieren. So skeptisch ich Sims 4 gegenüber bin, gerade mit den ganzen Änderungen, mit den ganzen Gerüchten, dass es ursprünglich eigentlich ein Online-Spiel sein sollte, das dann doch wieder umgeändert worden ist, Ich finde es sehr beeindruckend, dass sie wirklich weiterhin mit dem Mod-Support bleiben. Ich denke, das tut denen relativ gut, aber ist gleichzeitig auch für EA dann doch leicht ungewohnt. Aber insgesamt freut es mich definitiv zu sehen, dass Mod-Support weiterhin am Start ist und angeblich haben die Mod-Communities bereits jetzt diese Modding-Tools in der Hand, das heißt also, bevor das Spiel überhaupt rauskommt, werden die bereits das Grundlegende können und haben vielleicht schon die ein oder andere Sache am Start. Das Spiel Evolve wurde auf den 10. Februar 2015 verschoben. Ich hatte bereits damals, als das Spiel angekündigt worden ist, gesagt gehabt, dass dieses Spiel vermutlich nur sehr kurzzeitig Spaß machen wird und tadaa, es ist tatsächlich der Fall. Spieletester haben das gesagt, sowie jetzt im Endeffekt die Entwickler selbst, die werden sich mehr Zeit nehmen, um mehr mit dem Spiel anfangen zu können. Und das ist, wie gesagt, immer eine gute Sache, sich mehr Zeit zu nehmen, denn ich denke, gerade dieses Spiel kann es doch sehr gebrauchen. Kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum von World of Warcraft hat Blizzard bekannt gegeben, dass die Anzahl aktiver Spieler auf 6,8 Millionen gefallen ist. 800.000 weniger als beim letzten Bericht. Es sind mittlerweile mindestens 370 Tage vergangen, seitdem World of Warcraft The Mist of Pandaria sein letztes großes Update bekommen hat. Und ich denke, jeder kann verstehen, dass das eine zu lange Zeit ist. Überlegt euch, ein neues MMO kommt raus und die würden für ein komplettes Jahr keinen neuen Content bringen. Die Leute würden abhauen. Ja, die Leute werden vermutlich gerade für das neue Don wieder zurückkommen, aber sie müssen definitiv aus dieser Situation lernen. Sie müssen mehr Zeug in kürzeren Abständen bringen, denn irgendwann sind da keine Spieler mehr. Ja, 6,8 Millionen ist viel, aber jedes Mal, wenn sie 800.000 pro Viertel oder wie viel auch immer verlieren, irgendwann ist da niemand mehr am Spielen. Und da muss Blizzard reagieren und cleverer sein. Und nun kommen wir zu der ganz großen Nachricht dieser Woche. Die Streaming-Website für Videospiele Twitch.tv hat drei Änderungen angekündigt. Nummer 1, deren Schwesterfirma JustinTV, deren Nicht-Videogame-Streaming-Seite, wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Nummer 2, das WOTS-System wird überarbeitet. Video on Demand werden nur noch für 14 Tage beziehungsweise 60 Tage für Premium-Mitglieder gespeichert. Und Nummer 3, eine Content-ID-Matching-Software wurde für WOTS aktiviert. Diese überprüft Videos nach Musik und blockt das Audio der WOTS, wenn es etwas findet, für 30 Minuten. Und natürlich, wie zu erwarten, Chaos ist ausgebrochen, denn die Content-ID-Matching-Software funktioniert nicht so, wie es sein sollte. Bedeutet, E-Sports-Turniere, die erlaubte Musik gespielt haben, haben trotzdem ihre WOTS blockiert bekommen. Twitch, die ihre eigenen Podcast-Stream haben ebenfalls ihre Videos geblockt bekommen. Ebenfalls, und das ist eine der großen beängstigen Sachen, hat diese Software Sachen blockiert, die sie nicht blockieren hätte dürfen. Bedeutet zum Beispiel, das Spiel, das erst vor kurzem herausgekommen ist, Crypt of the Necrodancer, diese Software hatte bereits die Musik in ihrer Content-ID-Matching-Database und hat dementsprechend auch deren Videos blockiert, obwohl die Entwickler niemals so einen Antrag gestellt haben. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Punkte durch. Der allererste Punkt zu JustinTV kann im Endeffekt zu allen drei Punkten gebracht werden. Sie haben keine Ankündigung vorher gemacht. Sie haben es einfach durchgeführt. Bam! Keine Ankündigung, kein gar nichts. Und das ist eine Sache, die überhaupt nicht in Ordnung geht. Zu Punkt Nummer zwei, dass die Streams, also die WOTS, nur noch für 14 bis zu 60 Tage gespeichert werden, kann ich gewisse Sachen nachvollziehen, denn sie haben in ihrem Blog behauptet, dass laut Statistik nach zwei Wochen diese WOTS nicht mehr geguckt werden. Und da dann zu sagen, die werden nach zwei Wochen dann wieder gelöscht, wie gesagt, ist nachvollziehbar. Aber auch hier wieder, man hätte das a, früher ankündigen müssen und b, das große Problem ist, dass nicht viele Leute hingehen und das, was sie streamen, auf eine Webseite bringen. Das heißt also, wenn man mal eine Woche oder zwei Wochen weg ist, dann kann es passieren, dass man gewisse WOTS einfach nicht mehr gucken kann. Und das ist definitiv schade. Der große, große Punkt ist aber der letzte Content-ID-Matching. Jeder, der schon mal bei YouTube was hochgeladen hat und damit in Probleme geraten ist, weiß warum. Denn dieses Programm funktioniert nicht. Es ist ein automatisches Programm, da ist keiner manuell dahinter und es ist logischerweise der Fall, dass immer mal etwas schiefläuft. Klar, dass dieses Zeug hier am Anfang schiefläuft, das ist nicht so gewollt, aber es wird immer wieder zu diesen Problemen kommen. Es wird immer ein großes E-Sports-Turnier geben, wo auf einmal die WOTS keine Audio mehr haben, weil das Ganze nicht richtig kontrolliert wird. Und ich denke, das wird ein ganz großes Problem für die werden. Denn Twitch lebt wegen ihren E-Sports-Sachen. Sei es jetzt für StarCraft, sei es jetzt für Dota, die Leute kommen wegen diesen E-Sports-Turnieren in erster Linie zu Twitch. Und während das Ganze jetzt nicht deren Live-Übertragung beeinträchtigt, zumindest bisher, auch wenn sie behaupten, dass das nicht für Live kommen würde, das glaube ich denen nicht, es ist trotzdem ein Problem, dass diese WOTS blockiert werden können. Es gibt immer Leute, die gewisse Sachen nachträglich gucken, sei es, weil sie es durch zeitliche Sachen nicht können oder einfach aus Masse. Gerade sowas wie die Speedrun-Turniers, die spielen für sieben Tage, 24 Stunden lang. Da ist niemand, der alles in einem Stück guckt und dementsprechend gewisse Sachen, weil sie es mögen, im Nachhinein nochmal gucken möchten. Und auf einmal fehlt da das Audio und dann ist diese ganze Sache auch schon zu 100% uninteressant. Und da kommt der nächste Punkt. Es ist nicht nur Musik. Es heißt also nicht nur, wenn ich jetzt zum Beispiel NBA 2K spiele, das ist immer lizenzierte Musik. Da kann man davon ausgehen, dass wenn ich das auf YouTube hochlade, dann wird da eine gewisse Sache ausschlagen und mir sagen, das Video kannst du so nicht bringen. Nachvollziehbar, dass es auch bei Twitch der Fall ist. Das Problem kommt jedoch jetzt. Und zwar haben sie gesagt, dass ebenfalls In-Game Musik, Ambient Noise, davon betroffen sein könnte. Das bedeutet also, ich könnte zum Beispiel hingehen, könnte für irgendeine Waffe einen Schuss Sound aufnehmen, könnte den öffentlich bereitstellen, für alle, die lauten, dass alle runterbringen, dass alle in ihre Spiele schon rein und dann registriere ich das Ganze in deren Datenbank. Und auf einmal, Call of Duty, Battlefield, was auch immer, haben diesen Sound drin. Man hört dieses Peng vielleicht einmal und schon sind diese 30 Minuten in diesem Chunk blockiert vom Audio, nur weil da ein Sound ist, der da ebenfalls in dieser Datenbank drin ist. Und ich glaube, das wird denen ebenfalls wehtun. Dementsprechend kommt jetzt zu guter Letzt die eine große Frage. Warum ist dieses System überhaupt eingesetzt worden? Denn sind wir mal ganz ehrlich, kein Schwein guckt sich ein Stream wegen der Musik an. Ich gucke mir kein E-Sports-Tournier wegen der Root Sunstorm an. Ich gucke mir kein was auch immer Stream an, weil die irgendwelche lizenzierte Musik spielen. Ich gucke mir das Ganze an wegen dem Streamer, wegen des Spiels. Und ja, ich kann verstehen, dass da halt ein System dahinter steckt, wie Musiker bezahlt werden. Aber dieses System ist definitiv veraltet. Sie müssten eigentlich hingehen und dieses modernisieren und an Internet, an Streaming und Co. anpassen und nicht andersrum hingehen und versuchen ihr altes aus der Steinzeit System auf uns zu setzen und damit mehr Schaden anzurichten. Und das ist wirklich meines Erachtens das große Problem hier, dass so ein System überhaupt in Kraft gesetzt werden musste. Und gleichzeitig kommen wir auch zum großen Problem jetzt insgesamt. Keiner wird Twitch verlassen. Ja, es gibt andere Streaming-Services wie Hitbox und Co. Jedoch können die nicht mit Twitch mithalten. Ja, ein paar Leute werden jetzt dahin gehen, werden für ein paar Wochen das streamen und werden dann zu Twitch zurückkehren, denn dort sitzt die Community und keiner kann aktuell gegen Twitch ankommen. Die sind die Nummer 1 und das werden sie auch mit diesem System leider bleiben. Gehen wir über zu den letzten paar News, die ich jetzt hier noch habe. Rise, Son of Rome und No Man's Sky wurden für den PC angekündigt. Weide waren ursprünglich Timed-Exclusives scheinbar für Playstation 4 und Xbox One, aber zumindest bei Rise, Son of Rome kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ursprünglich so geplant war, denn das Spiel wurde von Crytek gemacht und die sind in finanziellen Problemen. Ansonsten bei No Man's Sky muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass das nur für Playstation 4 rauskommt, denn das ist ein Indie-Entwickler und dementsprechend hatte ich eigentlich automatisch gerechnet, dass das für PC kommt und tada, es kommt tatsächlich für PC. Und zu guter Letzt, Cashy Hudson verlässt Bioware. Aha, sehr interessant. Ich bin jemand, der nicht Firmen an einer Person festmacht. Klar, es gibt Tim Schäfer bei Double Fine, ja, es gibt Kojima mit ihrer Metal Gear Solid Reihe, aber ich bin jetzt noch nie hingegangen und habe gesagt, oh ja, Double Fine, da ist Tim Schäfer, also ist jedes Double Fine Spiel gut, ah, ist Kojima, ah, okay, jedes Spiel ist automatisch gut. So bin zumindest ich nie an diese Sache herangegangen, aber scheinbar tun das viele andere und einerseits verständlich, andererseits ist es aber auch gleichzeitig doch sehr, sehr unfair, dass man, wenn ein Spiel gut ist, das auf diese eine Person gut schreibt, beziehungsweise wenn das Spiel schlecht ist, das auch nur auf diese eine Person gut schreibt, denn Entwicklerteams sind mit Ausnahme von diesen Ein-Mann-Indie-Gruppen meistens sehr, sehr groß und ich finde es einfach nur unfair, dass da eine Person hervorgehoben wird und nicht das ganze Team. Und das war es dann auch schon wieder von Episode 53 von Forcecom Talks. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.